Die Umweltlotterie genau gemeinsam für Natur und Umwelt. Heute ist der 25. Februar. Und wenn Sie mitgespielt haben, gilt es wieder, haben Sie Ihren Spielschein parat. Auf dem Spielschein stehen ja mehrere Dinge. Zuallererst mal das alles Entscheidende, die Los-ID. Mit der richtigen haben Sie jetzt gleich den Hauptgewinn. Hier kommt sie, die Los-ID für den Hauptgewinn, die 39301. 39301, die Los-ID für den Hauptgewinn. Auf diesem Hauptgewinnerschein steht eine Postleitzahl. Aus welchem Landkreis ist das? Aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Wenn Sie ebenfalls eine Rheingau-Taunus-Kreis-Postleitzahl haben, haben Sie auf jeden Fall gewonnen. Es gibt hunderte andere Gewinner noch in Hessen. Und hier haben wir dazu passende Quoten für den heutigen Tag. Das sind einmal 10.000 Euro, das ist der Hauptgewinn. Dann gibt es einmal 2.500 Euro, 4 mal 500 Euro, 46 mal 50 Euro, 219 mal 10 Euro und 867 mal 5 Euro. Und natürlich gibt es Geld für Umweltprojekte. Die Gewinne der vergangenen Wochen haben sich für ein Projekt im Main-Taunus-Kreis entschieden. In Bad Soden, die Naturtage der Ottfried-Preußler-Schule. Dafür gibt es jetzt 5.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.